Hallo an alle! Heute sprechen wir über die Fernsehserie von 1967, Immer wenn er Pillen nahm. Alle damaligen Schauspieler sind 2024 wieder vereint. Also lehnt euch zurück mit etwas Popcorn. Das wird ein großartiges Video. Nummer 1. Steffen Strimpel spielte Stanley Beamish im Jahr 1967 im Alter von 30 Jahren. Steffen Strimpel verstarb im Jahr 2006 im Alter von 69 Jahren. Nummer 2. Dick Gauthier spielte Hal Walters im Jahr 1967 im Alter von 36 Jahren. Dick Gauthier verstarb im Jahr 2017 im Alter von 85 Jahren. Nummer 3. Paul Smith spielte Harley Trend im Jahr 1967 im Alter von 38 Jahren. Paul Smith verstarb im Jahr 2006 im Alter von 77 Jahren. Nummer 4. John McGiwur spielte Barton J. Reed im Jahr 1967 im Alter von 54 Jahren. John McGiwur verstarb im Jahr 1975 im Alter von 61 Jahren. Nummer 5. Matt Glass spielte Dr. Reynolds im Jahr 1967 im Alter von 61 Jahren. Matt Glass verstarb im Jahr 1984 im Alter von 78 Jahren. Nummer 6. Susan Seifert Hayes spielte June im Jahr 1967 im Alter von 24 Jahren. Heute, im Jahr 2024, ist Susan Seifert Hayes 81 Jahre alt. Nummer 7. Bonnie Hughes spielte George im Jahr 1967 im Alter von 26 Jahren. Heute, im Jahr 2024, ist Bonnie Hughes 83 Jahre alt. Nummer 8. Louis Cavalier spielte den Tankstellenkunden im Jahr 1967 im Alter von 34 Jahren. Louis Cavalier verstarb im Jahr 2022 im Alter von 88 Jahren. Nummer 9. Marianne Gordon spielte das Mädchen an der Tankstelle im Jahr 1967 im Alter von 21 Jahren. Heute, im Jahr 2024, ist Marianne Gordon 78 Jahre alt. Nummer 10. Will J. White spielte den Co-Piloten im Jahr 1967 im Alter von 42 Jahren. Will J. White verstarb im Jahr 1992 im Alter von 66 Jahren. Nummer 11. Dick Wilson spielte den Co-Piloten im Jahr 1967 im Alter von 51 Jahren. Nummer 11. Dick Wilson verstarb im Jahr 2007 im Alter von 91 Jahren. Nummer 12. Ellen Young spielte Stanley H. Beamish im Jahr 1967 im Alter von 48 Jahren. Ellen Young verstarb im Jahr 2016 im Alter von 96 Jahren. Da habt ihr es. Ein schneller Überblick über die Veränderungen der Besetzung von Immer wenn er Pillen nahm. Welche Entwicklung hat euch am meisten überrascht? Lasst es uns in den Kommentaren unten wissen und vergesst nicht, unser Video zu liken, zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren, um mehr nostalgische Inhalte zu erhalten. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.